Wir leben in einer Zeit, in der sich gerade junge Menschen ihrer Verantwortung für Umwelt und Klimaschutz immer bewusster werden. Naturschutz braucht Vorbilder. Naturschutz hat Vorbilder. Menschen mit Visionen und Liebe zur Natur, die Verantwortung tragen. Sie haben das Zusammenwachsen der Naturschutzbewegung aus Ost und West überhaupt erst möglich gemacht. Ihre Geschichte wurde noch nie erzählt. Sie ist der Grundstein für das Mut- und Mitmachprojekt Hashtag Wie geht Natur? Man muss Natur lieben. Ohne Liebe geht sowieso nichts. Aus tiefer Liebe wächst dann eben Verantwortung. Die Liebe zum Tier, die Liebe zu den Menschen, die Liebe zu den Blumen, die Liebe zum kleinen Käfer. Und aus Liebe dann eben die Verpflichtung zu erhalten. Wir hoffen, dass wir begreifen, dass wir in dieser Hochzivilisation nur als Teil der Natur bestehen können. Sonst war diese menschliche Zivilisation eine Episode. Hashtag Wie geht Natur soll sensibilisieren und zur Nachahmung anregen. Wir zeigen, wie Liebe zur Natur zu nachhaltigem Denken und eigenverantwortlichem Handeln führt. Wir machen Werte erlebbar. Hashtag Wie geht Natur richtet sich an Menschen aller Altersgruppen. Wir freuen uns auf euren Input. Hashtag Wie geht Natur? Das ist ein Film, das sind Zeitzeugengespräche, das ist Community Building und Networking. Das macht Lust auf Natur.